BAM! BAM! Ist keine Seuchenwelle, oder? Nee, irgendwie nicht. Ich dachte, das wär jetzt einer. Ich dachte auch. 8, 9, irgendwie immer so. Ja, dann wird's wahrscheinlich die nächste sein. Gab's hier schneller Nachladen? Ja, ne? Äh... Exxon Nachladen ist oben in dem... in diesem kleinen Labor. In dem ersten Labor, sozusagen. Oi, 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 oi! Gehen die Kugel der Männlichkeit! Mama Mayhem! Immer wieder gut! Oh, mir geht aber langsam auch ein bisschen die Mumpe aus. Was machst du überhaupt hier? Ja, hier war doch immer mein Platz. Wow, wow, wow. Aber irgendwie macht man im anderen Zombie-Modus mehr Geld im BO3. Ja, aber das ist... hat auch immer mit dem Balancing zu tun, so, ne? Ich mein, du siehst ja, wir haben alles aufgekauft, wir haben jeder Waffen... Ja gut, die Karte war ja auch ein bisschen eher sowas wie eine Demo. Die hat ja eigentlich gar keinen Inhalt groß. Die ist ja so ein bisschen im Vergleich wie eine Nuketown-Karte. Ich mochte die Drops. Okay, jetzt müssen sie aber kommen. Oder waren die Welle 11? Ey, mir geht die Munition aus. Ich muss punchen. Was? Fremde Shemails gelesen? Fremde Shemails, Alter. Ja. Ja. Irgendwas wurde kompromittiert. Machen wir es am Ende der Runde? Ja, ich glaub schon. Also, wir lassen einen Seuch hier am Leben. Ja. Achtung! Ich bin schon verseucht. Ich auch. Sollen wir es versuchen? Okay, machen wir es schnell. Ich mach hier vorne den. Ja, mach den anderen. Ich geh ganz nach hinten durch. Okay. Zwei. Warte noch. Einer. Und oben noch. Ja, ich bin dran. Na, jetzt bin ich runtergefallen. Yo. Kannst du es aus dem Kartenfach holen. Ist sie drin? Ey. Ich hab ihn jetzt, ja. Okay, dann komm, 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 komm. Komm, zu mir. Mal ran, mal ran, mal ran. Schnell rein. Okay, okay. Okay. Da, oi, da. Oh. Hat mich direkt wieder angechuckt, der Wichse. Wart noch ein bisschen. Entspann noch ein bisschen deinen Anus. Okay, was brauchen wir als nächstes? Exoslam, ne? Exoslam, ja. Exoslam, ja. Die Zeit hab ich nicht mehr. Das war der letzte. Okay, okay, okay. Durchladen. Okay. Wir brauchen eine bessere Ausrüstung. Ui. Ach, hier gibt's ja noch gar nicht dieses Perk mit dem Rucksack. Kannst du dich an das noch erinnern? Das war auch ziemlich geil. Ähm, hier oben ist übrigens Nachladen, wo ich jetzt grad bin. Ja, aber Vorsicht. Wir kommen jetzt in die nächste Bälle und jetzt wird's knackig. Ab jetzt drehen die ein bisschen auf, die Kollegen. Also geh in deinen Shroom. Welchen Shroom? Keine Ahnung, in deinen Dark Shroom. Ja, nach hinten durch komm ich jetzt bestimmt grad nicht mehr so gut. Zumindest trau ich mich nicht. Den unterstütz ich gleich ein bisschen mit nem sexy Instabil. Hyper! Ich mach den Scooter an. Ich mach den Scooter. Oh, hier drüben ist zweimal Punkte. Komm schon, du hast unendlich. Unendlich Damage. Du bist im Hyper-Modus. Ja, aber ich hab noch nicht, äh... Hol' ihn dir doch, 2-5. Der ist einfach so abgefallen. Das war mein Schniebli. Mein Schniebli. Mami, machst du mir ein paar Noodles? Kennst du's noch? Ja, kannst du mir ein paar Noodles kochen? Noodles. Mami, kannst du mir ein paar Noodles kochen? Du schnickst nach Käse. Wasch deine Haare. Deine Haare riechen nach Gouda oder so. Ja. Keine Sorge, Dad. Ich regel das. Mami, kannst du mir ein paar Noodles kochen? Nicht jetzt. Deine Haare schnicken nach Gouda. So. Okay, was nun? Oh, hier drüben war die magische Sporttasche. Wo war denn jetzt dieser Slam? Der Slam, der ist im letzten, in dem großen Runden... Kann man eigentlich alle haben? Ja, ne? Hier in dem Spiel konnte man alle haben. Ich glaub schon. Was kostet der Slam? Interessant. 2. Du kannst hier also beide holen. Du kannst hier einmal Exo... Gesundheit. Gesundheit. Und... Schön. Wow, wow, wow. Wilde Boys! Wild Boys! Never easy Wild Popo Boys Wild Popo Boys Haben wir noch ein Zombie? Wie ging denn nochmal der Slam? Dann B oder sowas? Ja Wir haben sogar noch einen Kriecher, das ist gut Mussten wir dann nicht irgendwie zusammen Ja Auf das vordere, hintere Ja, aber wie war denn das nochmal? Hast du aufgeladen? Äh, Moment Noch nicht jetzt Also Du machst Doppelsprung und dann runter? Drei, zwei, eins Nein Da brennt's sogar Lädt Es ist gar nicht so einfach Du sagst das Okay Drei, zwei, eins Ey, der Der war doch mal mega synchron Ne, ne, da war schon noch ein kleiner Unterschied Hat man schon gehört Oh, warte, aber erst den Zombie wieder weglocken, oder nicht? Ja, ja, ich lock ihn mal Der braucht einen Moment Wo geht denn der jetzt lang? Moment, ich geh mal ganz kurz War hier nicht noch irgendwo Der letzte Schraubenzwickel Den man tatschen musste für die Musik? Ich weiß es gar nicht mehr so genau Ah, okay Hier durch Hier hoch Drei Zwei Eins Haben wir es? Nein Ist der Kolben überhaupt wirklich gelöst? Welcher Kolben war das? War das nicht der hier? Ich weiß es gar nicht mehr Oder sind es zwei Kolben? Ne, ne, es war nur einer Ne, ich glaub, der ist wirklich weg Ich seh keinen War das einer, der so Okay, wir versuchen nochmal hier den Jump Drei Zwei Eins Jetzt bin ich oben hängen geblieben, oder sowas, hä? Du hast mich irgendwie weggestampft Ja, aber mein Stampfeiber ist immer noch, ähm Bereits Ja, meiner auch Glitch gefunden Warte, ich zieh den erstmal weg Ja, komm Ja, guck mal, ich hab'n lecker Knochen Mr. Bubbles Wir müssen am besten so springen, wie wir zählen Eins Warte Eins, zwei Und dann runter Jetzt ist er wieder hier Los, beeil dich Eins Zwei Das wird nix Und er ist gestorben Hey, der ist doch aber weg, der Kolben, oder nicht? Da war, da ist er gewesen, irgendwo Ja, ich seh ihn auch nicht Der ist weg Wir können ja nochmal hier einen Jump wagen Schnell, beeil dich Dann können wir noch einmal jumpen Drei Zwei Eins Wie zählst du? Okay, 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 okay Wir gehen raus Lass ihn lieber rausgehen Bevor wir noch draufgehen Er zählt drei Bei zwei springt er hoch Was? Ja, passiert Ich meinte eigentlich, dass wir so Dass so drei Also auf drei springen Ja, gut Wir machen das gleich nochmal Eins, zwei Und dann bam Achtung Da kommen Strom-Heinis Wow Jetzt geht's rund Mama Mayhem Ah, immer wieder nice Davon kann sich Bio was abschneiden Der ist richtig gut Von der Mama Mayhem? Klar, Mama Mayhem Boah, mit dem Ding mach ich so Cacious Alter Ich mach hier Just vibrating Oh Was heißt das? Äh, du kannst umsonst trocken Ach so Das bringt mir jetzt gerade Aber nicht viel Viele Gegner? Ja Boom Oh nein Ja Und noch das hinterher Wir müssen auch noch in diesen Müllschacht Ne? Ach ja Aber jetzt müssen wir erstmal durchhalten In den nächsten Welle einen am Leben lassen Ich hätte auch jetzt schon zum Müllschacht gehen können Ja, aber das machen wir auch lieber, wenn wir am Ende von der Welle sind Sonst ist zu viel Chaos Wir spielen safe Davon sehe ich aber nix Munition aus Die auch? Ja Ja Ja, hier musst du Munition kaufen Ja Ich sammle mal ein bisschen für eine Mama Mayhem Läuft's Willst du deine Mayhem punchen, ja? Klar, Mayhem ist der Hammer Naja, bis jetzt geht's noch ganz gut Aber ich hab das Gefühl Mir geht gleich der Der güldene Saft aus Ah, bei mir läuft's bis jetzt auch noch ganz Fantastico Die Stromies waren halt so schlimm Kennst du noch die Spiky Jones, die dann kamen? Spiky Jones Die kamen hinterher Die Sagen aus wie Stachelbären Und dann gab's noch die Teleporter Oh, die waren mies Da gab's ja gar kein Entkommen Ich steck fest, ich steck fest, ich steck fest Oh Gott Mich hat's erwischt I'm coming Mr. Jones Schnell, schnell, schnell Alles easy Was hast du jetzt verloren? Oh, gut Oh, shit Lass mal den hier hin Wow, 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 ich häng Aber es ist keine gute Idee Wenn man einen am Leben lassen will Oh, verflucht Ich muss hier raus, ich muss hier raus Aber ich musste die Granate einsetzen Mach den Stromspacken weg Mach den Stromspacken weg Oh, hey, hey, hey Da drüben ist ein Crawler Aber ein Knallfrosch, ne? Ne, ist ein normaler, regulärer Standardcrawl Ja, aber er stunt ja nicht Nur noch der Crawler ist, glaube ich, am Leben Komm, jetzt hier hin Ich hab keinen Jump Warte doch Achso Ich muss erstmal Jump kaufen Boy Boy Yeah, boy Das gefällt mir Okay, ich bin unterwegs Ja, komm, komm, komm Okay Also Drei, zwei, eins Sprung oder wie? Ja, würde ich sagen, oder? Drei Zwei Eins Nee, war ein bisschen verzögert Du springst auch immer zu früh Okay, okay Entweder das Ding übelst Delay Oder du springst einfach viel, viel zu früh Okay, wir stellen uns ganz vorne hin Drei Zwei Eins Ja Wo ist die Karte? Irgendwo da drin Ja, aber wo? In dem linken In dem Container Scheiße Hab ich sie? Haben wir sie oder nicht? Du hast sie jetzt, glaube ich, nicht eingesammelt, oder? Keine Ah, nee Die lag doch unten drunter oder sowas, ne? Ja, eigentlich liegt die da nur drin Ich hab sie nicht gesehen Das war alles so schnell Weil der Zombie mich die ganze Zeit gecreepscht hat Wo ist der Zombie? Zieh ihn mal weg Nehmen wir mal hier mit ins Land der Träume Aber das wissen wir schon mal, dass der Kolben Ähm Gelöst wurde Okay, er ist hier bei mir Gehst du hin? Ja So Drei Zwei Eins Nö Nochmal Oder ist er zu nahe, der Zombie? Können wir das sehen, ob wir die gesammelt haben? Ne, ne Ich weiß es nicht Ich hab ne Eins neben meiner Karte Und du? Ja, ich hab auch ne Eins Aber das heißt ja nicht, dass wir aus seine Karte Ne, da liegt sie doch Guck mal Kannst du sogar sehen, wenn du durchguckst Da Da ist sie Ja An dem Fenster Okay, wir ziehen den nochmal weg Und dann versuchen wir's Komm Ja komm Ja los Ja spring Ja spring Du kleiner Bub Ich muss mehr Munition finden Ach, Mano Geh mal hier drüben schon mal ans Ding Alles klar Ich komme Okay Drei Zwei Eins Ja Jetzt, 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 jetzt Hast du sie? Ne Zwei steht bei mir und bei dir? Null Äh, Eins Dann hast du sie jetzt Dann hab ich sie, dann hab ich sie Schau nochmal rein, ob du sie siehst Aua, irgendwas Ja, sie ist weg Okay, haben wir sie, haben wir sie, haben wir sie Okay, jetzt Müllschacht Können wir direkt machen Wie war das nochmal? Jeder muss an den Schacht Einer muss in dem einen Flur Und einer muss im Exo-Room Mhm Aber Dann wieder auch synchron Dann geh ich vorher punchen Und wir müssen dann X gedrückt halten die ganze Zeit Und, oh, wie war das nochmal alles? Und schießen irgendwie In welchem Schacht bist du jetzt? Ich bin jetzt in dem, in dem Raum, äh, Startgebiet Schacht Okay, dann gehst du den Mann an den Schacht Oh, ich hab nicht genug Geld für den Schacht Wieso? 100 kostet der bei mir, bei dir? Okay, okay, 100 Sag, wenn du da bist Bist du da? Bin da Ja 3, 2, 1, go Ich rutsche Ich habe genug Credits, jetzt kostet, äh, toll No Okay, dann machen wir es in der nächsten Runde Hä, warum hat er auf einmal 500 gekostet? Keine Ahnung Anscheinend geht es wirklich hoch Okay, dann machen wir es in der nächsten Runde Fuck, fuck, fuck Es wird keine Hilfe kommen Oh, ich muss hier raus Nämlich drinnen sein ist, glaube ich Da bist du am Arsch, ja Ah, no Kacke, komm schon Komm schon, da hinten ist doch die Tür Wow, hier rum Lass dich nicht lumpen No, 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 no Ich muss hier eine Tarnung aktivieren Ich werde sonst gestorben Da drinnen ist die Hölle Weil die springen so nach vorne Die rennen jetzt eh alle zu dir Vorsicht Na, ich mache hier erstmal ein bisschen Crowd Controlling Boom Macht, ne, jetzt schmeißt der wieder Ah, ist halt so ein kleiner Unterstützer Gern geschehen Brosche Ich hänge trotzdem hier ganz schön an irgendwelchen Arschlöchern fest Oh, was war das denn? Keine Ahnung Das ist super schade Ja, ich muss erstmal durch, Moment Oh, nein Zum Glück habe ich schneller wiederbeleben Gib mir Deckung Habe ich dich? Ja, ja Achtung, Knallfrosch Hui Fuck Ist ja die Runde vorbei Was hast du noch für Perks? Ähm, Exo Nougat habe ich noch Okay, okay, sehr gut Ja, wenigstens hast du noch einen Okay, jetzt müssen wir halt eine Runde überleben Oh nein, ich glaube, es kommt eine Seuchenrunde Kann das sein? 14? 15? Hundezwinger? Ne, Seuche Seuche Ach, Mann Die sind so scheiße Scheiße Mann Wie hat er das gemacht? Oh No, ich hänge Ich lade noch ein bisschen nach Wo kommen die alle her? Alter Geh mal zum Raum, ne? Zum Entseucher? Ja, ja Nicht, dass du stirbst Geh mal zum Ja, ich mache das Geh mal zum